Ja, ich hab schon gedrückt. Wieso? Weil Fleck noch nicht aufgenommen hat. Geht noch nicht. Ich bin noch nicht bereit. Ich bin noch nicht bereit. Doch, ich bin bereit. Kannst du nur sehen. Ich hab ein Bucket und bin jetzt wieder auf dem Weg zu dir. Ich komm mal. Die Wanderhorde ist da. Nee, du kannst raus. Die ist bei mir vorbei. Ja, aber die geht ja genau hin, wo ich lang muss. Das ist ein bisschen doof. Ach so, dann komm raus und guck dir an, was ich fabriziert habe. War es der Arschgeier oder war es was anderes? Nein, das war ein Slipper. Slipper sind echt gut. Man darf ja einfach jetzt nicht mehr so reinpreschen. Ich hab nur noch aus dem Augenwinkel gesehen, wie da irgendwas aufstand. Ja, und mit meinen... Riesiger. Blank, soll ich jetzt mal ganz kurz auf dich warten, oder was? Ja, warte auf mich. Ich bin ja gleich da. Er regeneratet... Ich merke grad, dass ich puscheln muss. Ein bisschen nach der Aufnahme müssen wir ganz kurz Pause machen. Habt ihr gehört, liebe Freunde? Das ist ja auch ein Ausdruck. Kuscheln. Ja. Hast du ein Problem damit? Nö, nö, passt schon. Äh, ein bisschen blau? Das ist doch nicht... Ich geh nach... Was ist das hier Süd, Süd, West? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Ich bin... Torpedo-Fleck. Torpedo! Natürlich auch alles... Genial, Freunde. Diese Arbeit tut mal gut. Ja, ja. Sie hat... Vor allem... Sie ist so produktiv. Ja. Ja. Meine Arbeit. Ach so. Äh, du bist halt unser... Unser... Guter Geist. Danny ist immer die Rückversicherung. Das Let's Plays. Du musst mir mal helfen, an meinen Rucksack zu kommen. Da waren zwei Zimbis. Warum nicht soll ich dir jetzt helfen, oder was? Ey, du sollst mich nur mal kurz ansitschen, damit die weglaufen. Ach so. Gar kein Problem. Ja, ist doch... Ich find den Eingang nicht mehr. Ja, du musst puscheln. Ich find das Loch nicht. Wo ist es denn? Da ist es. Kann sein, dass ich an dir vorbeigerannt bin. Ja, Mann. Ich bin hinter dir. Ach, scheiße. Black! Ja? Black! Warte. Kann ich mehr laufen? Kann ich mehr laufen? Ja, schön. Wunderbar. Ich lande ja schon. Du bist auch ein Bier, hat ein Stück weg... Was ist denn? Uuuuhhhhh... Flaming Arrows! Habe ich gelernt gerade. Ich dachte, die jetzt artikulieren wir uns mal ganz anders. Aber ne, das war eigentlich doof. Das solltest du eigentlich lernen. Flaming Arrows. Aber ist egal. Ich hab mich im Haufen hier gefunden, also irgendeinem Müll. Ich kann nicht mehr sitzen! Die eine kann schmacken. Ja, die andere kann sitzen. Ist alles so ne Sache. Ja, ne? So. Ich geh jetzt hier rein. Ich hol jetzt Wasser rein. Da war mein Rangzug. Mein Fleck. Ist ja gut. Kann ich wenigstens einmal zum Turm rufen? Hab ihn, hab ihn, hab ihn, hab ihn. Kann ich weiter machen. Ach weiter, was auch immer du gemacht hast. So, pass auf. Dingsbumm. Du jetzt Wasser. Wasser. Das Wasser macht wirklich. Das Wasser ist kühl, das Wasser ist nass. Schluckt und schlürft sich das. Ja. Kann man den Reifen noch was anderes finden außer Reifen? Nein. Heißt, ich kann aufhören, die Reifen zu klacken. Ja. Gut. Ich wollte nur klarstellen. So, wo sind jetzt eigentlich die zwei Zombies drin, die in dem Haus waren und Schläfer waren? Ach, da stehen sie. Hint neben der Tür. So eine Drecksspaten. Pfff. Das war lauter Mädchen. Äh, Fleck, deine Kommentare manchmal echt, ne? Da. Das ist der Hammer. Mit Dreck. Drecksspaten. In der Not werde ich immer, werde ich immer banal. Da werde ich immer, äh, ordinär. In der Not frisst der Teufel Fleck. In der Not werde ich immer banal. Ja, das ist so wie bei mir. Ja, der hat ja auch nix dabei, der blöde Schwein. Jetzt kommt die Rambo hier, Alter, raus. Ich habe eine Herausforderung gut gemacht Schwein gefunden. Wunderbar. Das ist gut. Was ist das hier für ein Kasten? Was ist das denn für ein Kasten hier? Ich guck da jetzt rein. Ja, mach mal. Guck ruhig rein. Das Ding sieht aus wie ein Bunker von oben. Pinte ist eventuell ein Bunker sein. Ja. In Berlin. Die kamen blauen Säurekapseln und können aufziehen. Ja. Blauen Säurekapseln. Ja. Mh. Ach, und da wurde doch... Ah. Es wurde doch jetzt auch gesagt, wie das Buch heißt, ne? Ich habe selbst rausgefunden, wie das Buch heißt, was ich meinte. Also es war, ähm, wegen wessen nicht soll's, ne? Das war ja das eigentlich aus dem ersten Weltkrieg. Ja. Boah. Ich hab's verwechselnd mit nackt Unterwölfen. Ja. Das war das. Das war das. Das ist auch recht ähnlich. Pfff. Ich hätte schwören können, dass das, äh, auch so wie ist, aber... Ich hab's eh nicht lange nicht gefunden, ne? Aber nackt Unterwölfen hieß es. Nackt Unterwölfen? Okay. Ich hab, ich hab ne Pille gefunden. Brauchst du so ne? Ne, jetzt nicht mehr. Jetzt bin ich ja tot. Jetzt bin ich ja tot. Was? 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 Was denn? Was denn? Da war eine von diesen, hey, zerklopp mich Kisten, ja? Und dann hab ich die aufgekloppt, da ist halt ne Toilette drunter. Ja. Warum? Du kennst dir mal dein Leben, ja? Danke. Ja. Danke, Schnucki. Aber nett. Reiner selbst, also reiner Eigennutz, keine Sorge. Oh, ich hab hier Wall-Paintings. Wall-Paintings. Nenni, wir können was anmalen. Ja, bring mir mit. Was hat er mir gekloppt? Was machst du denn da mit ihm? Willst du mit ihm rüber tanzen, oder was? Er hat mich gekloppt. Was war das? Meine Fris der Mild? Das war der Rambo-Johle-Fritzer. Oh, Crack-a-Book! 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 Was bin ich denn? Ich bin grad aufgestiegen. Oh, ich bin Level 6. Die Electricity weiter rauf. Boah! Moin! Alter, was ist los hier? Was ist los hier genommen? Machst du den? Ja, hier. Ja, wo weiß ich nicht. Komm mal her. Knucki will auch was. Knucki will auch aufs Maul. So, du gehst in Crack-a-Book-a-Books rein. Ist übrigens Toilette. Hoiii! 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 Cool, ich freue mich! Warst du jetzt eigentlich im Working-Strip und du bist fertig? Nein! Nein, 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 nein! Ich bin ja gestorben. Das war das Ausschlusskriterium. Ich geh da jetzt rein. Etwas wichtig. Ja, mach mal. Gucken, was schon der Kitsch in der Sonne ist. Das schmeiß ich jetzt mal weg. Das schmeiß ich weg. Was? 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 Da war nur ein Zombie außen an der Wand, der hat gepultet. Klang so, als steht daneben. Hä, wenn du anfängst zu schreien, dann denkt man, dass was passiert ist, ne? Aber... Ja, ist ja auch was passiert. Da war ein Zombie. Hm. Der hatte zwei Sachen zu essen bei, hier. Warum blutest du eigentlich ständig meine Zombies? Was ist das denn? Hallo? Das sind doch unsere... Was ist das hier? Die Tür ist versperrt. Was ist das? Die Tür ist gerade nicht irgendwie... Oh, hier oben ist irgendwo ein Zombie. Oben ist einer. Okay, komm. Wo, 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 wo? Oh, halt, halt, halt! Da um die Ecke. Halt, hier ist auch einer. Ich mach den. Oh, Flank! Der voll einer ist. Et! Der Dissern! Lass ihn mal runterkommen. Und noch ein Arbeiter. Was hat er noch? Ein Arbeitermann. Ein Arbeitermann. Ein Arbeitermann. Geh doch, geh doch mal in Deckung da. Bei mir ist es neblig. Alles gut. Geh weg da! Der, 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 der ist an dir vorbei. Der will nicht. Was macht der denn da? Weiß nicht, was der da schreibt. Ah, es ist erwischt. Vorsicht, der steht. Ah, 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 ah. Wie da? Was hast du denn gefunden? Ich hab nen Mienenhelm. Gucke! 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 Mienenhelm! Willst du was zu essen? Ähm. Angebot stand. Jetzt ist es nicht mehr da. Okay. Toll ist die Tools. Machst du das mal hier fertig? Dann geh ich mal rüber zu Cracketbock. Was? Was soll ich denn fertig machen? Achso. Hier ist ein Gebäude. Ja. Ich mach das Gebäude. Fertig. Hier wird gleich um. 31 Grad! Boah, wir stehen. Haaah. Bisschen. Kleiner Mülleimer. Hast du hier schon? Topfpflanze. Brauch mal ne Topfpflanze? Jo, eine mit. Und im Klo ist was drin? Hm, die gute Kacke! Oh. Oh. Das braucht man ja um Quartel also zu machen. Genau. Genau so wie verrottetes Fleisch. Ich mein, das ist doch total sinnfrei. Wir sind drei Menschen. Wir gehen noch permanent hier. Mein damm, wie ist denn das? Wo ist denn der? Wer denn? Da oben? Der kommt aus dem Fenster. Guck mal. Boop! Jetzt ist er gelandet. So. Ich geh jetzt wieder. Das ist mir nötig, ja. Das ist auch daneben, Mann. Ich bin hier falsch. Ach komm. Ist alles kaputt. Guck jetzt. Oh, ein Anwalt. Hier gibt's nen Anwalt. Wat? Der Anwalt ist gestorben. Der Anwalt ist tot. Der Anwalt ist tot. Würde ich mich da reinhämmern? Nee, ich hab ja keine Spitzhacke. Das lass ich jetzt. Das sind wahrscheinlich total die Schätze dahinter, aber... Ich nehm ein paar Autos aus dem Banker, ja. Hm 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 hm. Oh, das ist eigentlich Blödsinn. Wieso? Wieso? Bist du tot? Ich bin nicht tot. Ich spawne hier! Sag mal, das kann doch nicht wahr sein, dass sie... Das ist scheiße wie. Aber Jenny... Jenny hat gesagt, da können Motoren drin sein. Ja und? Ja, ist ja auch richtig, aber... Ja, brauchen wir keine? Ah, du hast eh noch nicht so gut Glück. Ich weiß nicht, ob das mit dem Spawn nicht... Also ich hab grad die Elektrikle Parts gefunden. Ähm, Jolle, ich hab bei plus 17 angefangen und jetzt bin ich bei minus 37. Naja, dann bau mal jetzt rein. Okay. Du hast bei minus 37. Ja, wir können ja dann auch noch weiter runter gehen, ne? Ja. Da gehen wir runter, dann gehen wir da. Halt doch mal um, Hans Gunther. Hans Gunther. Hans Gunther. Boah, der muss nicht gelöst, der Zombie. Das war einer von den... Wie heißen die Stripper? Stripper? Nee, die hatten so einen... Shippendales... Shippendales... Ahh ok. War ein Shippendales... So, Wissenschaft, jetzt einen Punkt rein. Nein! Amor immer noch. Ja, ja. Ey, ey, ey. Oh, oh, oh! Airdrops, Airdrops. Airdrops! Airdrops. Lauter Airdrops. Oh, was habe ich denn hier? Compound-Bogen gibt es jetzt auch? Ja. Der ist... Fuck, warum habe ich den jetzt gelernt? Oh Gott, Fleck, Hilfe. Weiß ich schon nicht, warum du den lernst. Ha, 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 ha. Petter mit Hawaii-Hemd. Nein, du hättest das lernen sollen. Oh Mann, sag doch was. Was ist das? Der nicht. Der Compound-Bow ist fast genauso gut wie die Sniper. Echt? Ja, der Compound-Bog ist jetzt auf jeden Fall. Wo ist der? Meine Lümmel. Ach, komm schon. Dreimal Headshot. Okay, der war... Ha, ha, was hat er dabei? Lebsturm, der alte Schlüffler. Boah. Mann, die fressen aber auch Pfeile. Wer fressen Pfeile? Ich, ich, äh, lerne nicht. Ah, 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 Hilfe, 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 Hilfe. Wo kommen die denn her? Das... Was? Was? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Oh Gott. Könnte die jetzt... Da bin ich total erschrocken. Vor allen Dingen, wo kommen die denn her? Das drin... Da drin war alles gesäubert. Das ist doch nicht normal. Da alle rausgekommen und dann... Was ist denn hier? Vor allen Dingen, weil es gar nicht stürmt. Die glitschen und packen sich jetzt durch den Boden hier. Anscheinend. Oh Gott, ich muss ja was trinken. Ja. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh, Mann! habe noch was trechen dabei? Die Kacke. Aber die Essige ist. Ey, das war само... Das war grad hier ein Herzkaspal hier. Ich kriegeēich bei diesem Spiel. Das ist mehr Horror als alles andere. Ich schreck mich immer so dermaßen. Aber wo sollen die denn jetzt hier noch hergekommen sein? Ähm, ihr Lieben, sagt mal, haben wir gar nicht angemacht, wo die Airdrops fallen? Offenbar nicht. Aber das können wir ja zunächst mal einstellen. So, ich lasse das jetzt mal. Ähm, was ist denn das für ein Ding? Ich habe noch Laufschuhe, ich bin kein Jogger. Ähm, das alte Brot, das machen wir mal kurz weg. Das alte, nein, das Multibrand musst du mitnehmen. Ja, aber es war nur ein einziges. Ja, aber das ist eine Antibiotika. Ein Ding ist eine Antibiotika. Was? Schon wieder so eine Kiste gewesen, die man aufschlagen kann. Und was ist drinnen? Ein Stück Sofa. Ja, aber das ist, ist, ist neu. Ja, aber das ist ein Stück Sofa. Ja, ja. In der anderen war eine Toilette drinnen. Weißt du, wie so ein Geschenk. Unglaublich hier. Ich will da jetzt rein. Total wertvoll aus hier. Oh, ich bin nicht scheinbar. Ich habe ein Diner gefunden. Hier ist ein Diner. Diner meid. Diner meid. Das ist gut. Ich habe ja jetzt Wasser und so für uns. Irgendwo ist hier einer. Sie sind überall. Ich finde die einerseits gut, aber wenn die so durch den Boden glitschen, ist das nicht schick. Ich höre den. Der will mich knuddeln. Eine deiner 200er Pickaxe und deine Stonex habe ich jetzt kaputt. Das ist doch... Also ich habe meine... Das schießt meine hier viel, viel schneller. Ja, ich habe die ganze Zeit noch mit meinen 25ern gearbeitet. Sind meine Pfeile alle echt? Darf ja nicht wahr sein. So. Er ist gut jetzt hier. Und auf hier rum zu eiern. Was macht der denn da? Der nimmt hier gerade eine Tür auseinander. Oh, ganz, ganz ungünstig. Das ist ganz ungünstig. Ich gehe mal an der Seite ran. Oh, da war wieder Roboter vielleicht. Mhm. Nein. Doch. Du wolltest ja nicht den TS auf Opus ändern. Das hast du jetzt da vorne. Ich habe ihm voll ins Gesicht lassen. Mal ein dickes Ding. Ey, platt. So. Wer zerschlägt denn hier was? Ich zerschlage was. Schnelle, 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 schneller. Wir müssen hier raus. Wer... Wer muss wo raus? Oh Gott. Oh, noch so ein gutes Schloss. Warte mal. So. Was, was kann ich denn noch wegschmeißen? Ich muss irgendwas wegschmeißen. Da war vielleicht schon wieder Computer. Nein. Computer vielleicht. Ja, brauchen wir nicht. Kein Mensch braucht sowas. So, ich muss jetzt erstmal nach Hause eine Runde. Warum bin ich denn nach Hause? Weil ich voll bin. Gibt Sachen. Sachen, die das Leben schöner machen. Aber ich bin voll. Wo? Drive-Thru. Cool. Zacharias Lundromant. Warst du da jetzt drinne eigentlich? Wo drinne? In der Wäscherei? Nee, da bin ich... Ach, die sind doch als Zombies. Wo kommen die denn her? Ich bin bei dir. Der will, der will Ungemach. In die Rommel. Schieß ihm in die... Hab ich. Der ist ja schon tot. Sicher ist sicher. So, jetzt gehen wir mal hier rein. Ja, geh doch nach Hause. Denny, hier ist ein zweistelliges Steingebäude. Ja. Und? Ich ziehe jetzt nicht garantiert schon wieder um. Also jetzt ist dieser Tunnel hier so halbwegs, dass ich sage, yo. Sitzt, passt, wackelt, hat Luft. Denny, Wildschwein? Gefährlich? Ja, nein. Gefährlich. Aber ich glaube nur, wenn du es angreifst. Hab ich gerade. Dann... Hast du die A-Karte. Noch rennt es im Kreis? Ich hab das keine Steine. Nee, ich brauch für Fe... äh, für Feide hier. Oh, wir haben ja einen dieser Funktürme hier. Sag mal, Schweinchen, müsstest du nicht langsam verbluten? Ich hab noch keinen Platz hier. Oh Gott, jetzt kommt's. Ich hab noch keinen Platz. So, was hab ich jetzt? Genug. So, die blöden Patronen. Was ist da drin? In der Toilette ist die gute Kacke. Übers Wasser, lecker. Aha, 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 aha. Ich hab' ich auch noch mal. Das könnte ich... Ich habe übrigens eine 500... Eine lila Bleibatterie. Der ist sehr gut. Eine lila Bleibatterie. Sehr gut. Und ich hab' so einen Gejahre. Eine lila Bleibatterie. Also jedes Tier, was ihr jetzt seht, ne, immer mitnehmen. Da kann ich dann... Wo haben wir denn? Oh, 15 Uhr. Äh, dann hier den großen Elektriker mal. Hm. Jetzt noch mal, ähm... Denny, ich mach jetzt noch mal einen Besuch bei dem Kartoffelfeld. Wenn da jetzt noch welches ist, dann bring ich das mit. Ähm... Komm ich jetzt auch nach Hause. Mit Wassereimer. Geil. Wassereimer. Ich hoffe, einmal ein... Einer reicht. Also, ein Wasser. Ach, scheiße. Scheiße. Hm. Ja, ne, das... Soll ich die mitnehmen? Warte mal, ist das das hier? Hier, das sind schon wieder Blaubeeren. Guck mal, hier ist auch ein Blaubeerfeld. Ja, ja, ja. Ähm, warte, die Kartoffeln nehm ich mit. Da hinten ist Blaubeeren. Nimm mal Blaubeeren mit. Wo, wo ist hinten? Hinter mir. Gut, dann nehm ich die Blaubeeren. Da hab ich nämlich den Stack von. Na, das ging diesmal nicht so gut. Alles einsammeln. Okay, 20 Kartoffeln. Die anderen sind noch nicht reif. Aber es ist ja schon mal ganz. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich Stew machen. Wir haben Mais, haben Kartoffeln. Wir haben Fleisch. Ähm, wir könnten schon Stew machen. Bisco-Stew. Ich hab jetzt 74 Pären dabei. Und hier auch das ganze Feld. Das Maisfeld ist auch voll. Also, an Essen soll es jetzt nicht mangeln. Nur Fleisch, halt. Nehmen wir das Mais mal mit, wa? Hab ich schon. Dann mach ich gerade. Ah, hier ist noch ein bisschen was. Kaps, 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 kaps. Ja, die, die vorhin nicht reif waren, sind jetzt reif. Oh, haben wir viel Gemüsse dabei. Es gibt ja auch dieses Vegetable Stew. Also, wir können auch, ähm, anderes Stew machen. Ja, vegan, köstlich. Ja, wenn es nun mal halt kein Fleisch gibt, Flake. Dass wir jetzt schon vier Tiere gesehen haben im Let's Play, das ist wahrscheinlich echt eine Seltenheit. Ich esse nur, was ein Gesicht hat. Warte, da gibt mir Stift. Dann zeig ich dir ein Gesicht. Ich esse, äh, Moment, wie wie das? Ich mag Tiere, nicht nur Kleine. Ich friss vom Bullen auch die Beine. Wir müssen auch raus. Wir gehen jetzt auch, ähm, machen Schluss. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Ich muss nämlich dringend Puscheln jetzt. Verdammt. Tschüssi. Tschüss. Tschüss. Stellt mich Jolo beim Puscheln vor. Ist das spannend. Ist wie jedermanns auch.